Das ist Adam. Adam ist Administrator für die SAP-Systeme. Und das ist sein Chef, der IT-Leiter. Die beiden sorgen dafür, dass die Business-Prozesse und die IT-Systeme in ihrem Unternehmen reibungslos laufen. Eine echte Herausforderung, denn in ihrem Unternehmen gibt es viele Prozesse und die meisten laufen im SAP-System. Es gibt also viele Informationen, die in unterschiedlichsten Monitoren angezeigt werden. Übersichtlich ist das nicht. Läuft dann mal was nicht rund, geht die manuelle Fehlersuche und Korrektur los. Und der Chef kann Adam dann nicht in anderen IT-Projekten einsetzen. Das macht keinen Spaß, kostet einfach viel Zeit und Nerven und bringt Ärger mit der Geschäftsleitung, den Fachabteilungen oder Kunden. Das muss nicht sein. Automatisiert Monitoren mit Libelle SAPMON. Ein Blick auf das übersichtliche Cockpit genügt, um zu sehen, ob Systeme und Geschäftsprozesse fehlerfrei laufen. Wobei das auch gar nicht notwendig ist, denn SAPMON agiert im Hintergrund, läuft tatsächlich mal was nicht rund, informiert bzw. alarmiert SAPMON ganz automatisch. Störungen werden sofort und ohne personellen Aufwand erkannt und auch gleich die richtigen Maßnahmen eingeleitet. Das können Benachrichtigungen sein, zum Beispiel per C-Mail, E-Mail, SAP-Mail oder auch gleich automatische Korrekturen durch Aufrufen von Programmen oder Funktionsbausteinen. Genial! Das entlastet Adam. Endlich hat er wieder mehr Zeit, sich um die wirklich wichtigen IT-Projekte zu kümmern. Und auch der Chef ist begeistert. SAPMON historisiert alle Messdaten. So hat er auf Knopfdruck stets aussagekräftige Reportings und somit schlagkräftige Argumente parat, zum Beispiel bei Trend- und Kapazitätsplanungen. Und SOX-konform ist es auch. So macht Monitoring Spaß!